Hallo meine Lieben. Ich habe meine Lidschatten geklatert. Ich habe schon einige aussortiert, die ich nicht mehr... Aber ich wollte euch noch mal meine aktuelle Sammlung zeigen und zeigen... Welche ich aussortieren werde und Platz schaffen für neue. Dann fange ich mal an. Also eins weiß ich von meinen Chocolat-Paletten von I Heart Make Up. Da gehen keine weg. Aber ich stelle sie euch trotzdem noch mal vor. Und das ist zum Beispiel hier die Red Velvet. Damit habe ich mich noch... Die ist neu und ich habe damit noch gar keinen richtigen Look geschminkt. Ich habe mal dran rumgespielt, aber ich habe es noch nicht geschafft einen wirklich guten Look oder generell einen Look damit zu schminken. Habe ich nicht geschafft. Und ja... Denn die ist auch relativ neu. Die ähm... Die Violet. Damit habe ich auch erst einen Look geschminkt. Aber wie gesagt, jetzt kommt ja der Herbst und der Winter. Da hat man wieder ein bisschen mehr Zeit und auch Lust sich zu schminken. Denn im Sommer bei der Hitze, wer hatte da groß Lust sich zu schminken? Also ich nicht. Dann äh... Mit der habe ich auch schon ein paar Looks geschminkt. Mit der Chocolat Rose. Und das sind ja irgendwie alle Tubes. Aber zu welchen Paletten, das kann ich euch nicht sagen. Es gibt jetzt solche von Naruda Beauty eine sein oder... Aber ich habe da absolut keine Ahnung. Obwohl... Es sind alle die Paletten... Also diese Paletten kann ich euch wärmstens empfehlen, weil die haben wirklich gut pigmentiert. Die sind wirklich... Also... Ähm... Da macht mal nichts falsch. Und die kosten 10 Euro, Leute. Da ist... Ähm... Dann hier diese Nudes. Ich finde ja die Verpackung so schön. Och... Habe ich auch noch nicht wirklich einen Look mit geschminkt. Ja... Vielleicht sollt ihr das mal machen, Mensch. Echt mal. Dann... Peanut Butter Cup. Damit habe ich wirklich schon ein Look geschminkt. Damit das nicht mit euch gemacht. Damit das nicht mit euch gemacht. Das kann ich euch ja nicht sagen. Mann, da sind auch so schöne Töne drin. Also... Der gelbe hier. Und... Der orange. Und... Der dunkle. Und... Der ist so schön. Das ist also... Das sind wunderschöne Töne. Und dann... Das ist... Diese hier ist... Die ist auch ganz... Ganz neu. Das war in diesem... Herz. Die Weihnachts... Die Weihnachts... Weihnachtsedition. Das ist die Praline. Und die hat ja hier die tollen... Ach... Mach auf. Ne... Highlighter Blush. Kontur Blush. Highlighter. Ach... So schön. Die ist auch schön. Siehst du ja... Die stehen dann bei mir hier oben auf dem Regal und lächeln mich an. Aber dass ich mal dran denke sie zu benutzen... Mh... Ja... So das sind die. Dann habe ich ja noch... Von wem war denn die? Die war in irgendeinem Crashpack schon dran. Damit habe ich schon ein Look geschminkt. Die ist auch mega pigmentiert. Warte. Geh mal hier. Und das Blau und... Und das Grün rein. Die nennt sich... Wie nennt die sich denn? Ultracolor Explosion Eyeshadow Palette. Also... Also die bleibt auch... Die wird auch ja nicht aussortiert. Also wie gesagt die ganzen... Revolution... Die bleiben. Guck mal die ist auch neu. Die habe ich glaube ich aus... ähm... Fuerteventura mitgebracht. Und die habe ich auch noch nicht benutzt. Und die ist auch schön. Ich meine... Guckt euch doch mal an. Die ist doch wunderschön. Das ist ein Highlighter hier. Und die muss ich euch ja nicht vorstellen. Die ist auf X. Das ist jetzt hier die Ultraspice. Habe ich auch erst einen Look mit geschminkt. Aber trotzdem... Die bleibt. Die bleiben. Genau wie diese hier. Die Soft X die erste. Die bleibt auch. Also... Auf jeden Fall. Die bleibt. Und dann hier die... Die... Die habe ich auch. Die... Revolution. Die... Iconic Fever. Die sind auch mega pigmentiert. Habe ich auch erst einen Look mit geschminkt. Aber die bleibt auch. Und das ist jetzt hier die Neutrails 2. 3... Also da hatte ja jetzt Rossmann wirklich 30 Prozent. Und da hast du wirklich... Mit der 10 Prozent App hast du denn nur noch 3 Euro... 15 oder so bezahlt. Also die bleiben auf jeden Fall. Meine Colourpop... Wie heißt die eigentlich nur Colourpop? Achso Colourpop. Made Your Look. Also die ist auch... Habe ich auch erst... Die habe ich mal von Jessys Beauty Welt abgekauft. Wunderschön. Ich glaube jeder... Make-up Junkie Lied... Lied... Liedpaletten. Liedpaletten. Was sind denn jetzt schon wieder Liedpaletten? Okay. Neut fort. Liedschattenpaletten. Jeder Liedschattenpaletten Junkie... Ich glaube jeder Liedschattenpaletten Junkie... Ich habe die ja auch nicht benutzt. Die einfach nur da sind. Weil sie schön sind. Dann von Primark die Berry Velvets. Die ist auch sehr schön. Damit habe ich auch schon Look geschminkt. Die ist auch schön. Die ist auch mega pigmentiert. Also... Die kann ich euch. Wirklich. Irgendwann eine Hallo für 3,50 Euro. Die bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine von Primarkt. Die kamen 6... Ich glaube 6 Euro kamen die. Die hier. Die... Urban... Urban. Nur Urban nennt die sich. Die ist auch... Ja man... Wie es... Doch die ist schon gut pigmentiert. Man braucht halt ein bisschen länger. Um sie aufzubauen. Aber die sind auch... Warte mal. Da sieht man jetzt noch den Rest von den anderen. Das verfälscht das ja. Aber die sind auch gut. Also hier ne. Meine... Für 6 Euro. Die Take Me Back To Brasil. Die ist ja auch relativ neu. Im Sommer habe ich mir die geholt. Die habe ich schon des Öfteren benutzt. Und man sieht es. Also die bleibt auch auf jeden Fall. Weil die hat schöne Farben. Und gerade so als Topper. Oder wenn man mal einen schimmernden Ton braucht. Ist die wunderbar. Die bleibt. Und dann die Zodiac Palette. Wer kennt sie nicht. Die habe ich auch erst ein oder zwei Mal benutzt. Ne, ich glaube zweimal. Guckt euch doch an. Also die ist doch noch wie neu. Aber die Miranda hat heute einen Look damit veröffentlicht. Und da habe ich jetzt wieder Lust bekommen. Auch einen Look damit zu schminken. Und das werde ich dann auch mal machen. So dann meine... Einer meiner wirklich Lieblings Paletten von Zoeva. Das ist die Zoeva Matte. Und das ist wirklich... Also hier erinnert mich so ein bisschen. Wenn ich das so sehe an die... Äh... Mrs Bella Dark Side. So die Farben so ein bisschen. So hier so. Aber die sind auch... Die ist wunderschön. Auch super pigmentiert. Also... Ja, hallo. Man hat leider nur zwei Augen, ne? Ist eigentlich auch ungerecht. Man müsste mal ein paar mehr Augen haben. Dann kann man sich mehr schminken. Aber die ist schön. Das war meine erste... Ja, ist ja so. Zoeva ist ja kein High End oder so. Aber war meine erste teure Palette. Dann habe ich mir letztens beim Kleiderkreisel diese Palette erkreiselt. Das ist die Retro. Zoeva Retro. Und die ist... Och... Findet ihr diesen Ton hier hinten so schön? Der ist so schön. Der lila, ne? Der blaue, die ist auch gut pigmentiert. Ja, also... Mega. Mega. Mega pigmentiert. Hat halt bezahlt. Ich glaube 9 Euro. Ja. Ein Kleiderkreisel. Dann... Achso, die ist auch von Revolution. Ja. Die habe ich auf Empfehlung gekauft. Ja... Die nennt sich Angel Heart. Davon habe ich ja noch eine komplett neue. Weil ich aus Versehen zwei bestellt habe. Die swatche ich euch auch mal. Hier. 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 Die ist auch gut pigmentiert. Ja. Also die bleibt erstmal. Gibt ihr nochmal eine Chance. Und die gleiche habe ich zum Beispiel... Ähm... Na nicht die gleiche, aber auch von dieser Serie. Das ist die Mermet Heart. Und die finde ich zum Beispiel ganz fürchterlich. Also das ist fürchterlich. Ähm... Auf meinem Auge tut sie nichts. Ne. Wenn man so reingeht... Ne. Ich gehe jetzt mal hier rein. Hier rein. Und hier rein. Da ist die mega pigmentiert. Aber entweder habe ich... Ich gebe ihr auch nochmal eine... Ne. Die habe ich schon aussortiert. Äh... Wenn man das so sieht, sind das Megatöne. Aber... Auf meinem Auge hat sie nicht performt. Also das ist ähm... Weiß ich nicht. Vielleicht ist meine Haut zu alt dafür. Oder... Ich weiß es nicht. Ich glaube auch fast. Habe ich heute auch zu der... Zu der Jenny gesagt. Ist auch eine ganz liebe Abonnentin von mir. Mit der habe ich so... Privatschreibe ich so ein bisschen. Was heißt bisschen. Wir schreiben eigentlich viel. Freue ich mich auch drüber. Und habe zu ihr gesagt. Dass so manche Paletten. So auch von Essence und so. Einfach nicht für ältere Haut gemacht ist. Einfach wirklich für junge Haut. Und... Ich habe ja nun mal eine ältere Haut. Also die habe ich aussortiert. Die habe ich aussortiert. Die habe ich aussortiert. Dann habe ich aussortiert... Von W7. Die Delizios ist äh... Dupe. Die Delizios ist äh... Aber die ist schon verkauft. Äh... Dann habe ich aussortiert... Pure Blush. Von Primark. Diese... Ähm... Highlighter und Blush Palette. Oder ist es nur Blush? Na, ich habe das als Highlighter und Blush genommen. Das wort ich euch mal. Eigentlich sehr schön. Aber auf... Wie gesagt. Auf meiner Seite. haut auf meiner älteren haut funktioniert das nicht wirklich setzt sich so ein bisschen in die poren ab und glitzer na ja glitzer ja also ich fand es nicht so der blush ja okay aber highlighter nicht wirklich nee also die habe ich auch verkauft dies auch noch zu haben also die habe ich auch verkauft die es noch zu haben bescheuert die habe ich auch aussortierten dies auch noch zu haben ich habe bei instagram habe ich insta sale dann habe ich auch aussortiert die nude rose highlight palette die ist auch wunder wunderschön war meine erste highlighter palette ja aber mir für meine haut funktioniert sie nicht nicht wirklich also sind wunderschöne töne aber ich komme mit der binde mit der nicht wirklich klar gekommen also ist schon verkauft dann habe ich auch aussortiert von vh cosmetics dieser gott 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 cool cool strong oder so wie sie heißt keine ahnung die hat so lila töne blaue töne grau ja aber ist auch zu selten benutzt selten benutzt dies auch schon hat hat auch schon abnehmer gefunden denn die habe ich mal von abonnenten geschenkt bekommen aber ich trage sie nicht ich trage sie einfach nicht ist wunderschön ist wirklich hat ist wirklich wunderschön aber ich trage sie nicht also also die hat auch schon abnehmer ne also ja da dann habe ich aussortiert die galaxy schick ja da wird jetzt sagen war es die galaxy hat aussortiert die ist noch wie neu außer dass mir jeder eine lidschatten hier der milky way der ist zerbröckelt warum auch immer kann ich euch nicht sagen der müsste neu gepresst werden ansonsten ist die wirklich so gut wie neu also aber sie liegt bei mir nur rum ich nutze sie nicht aber die hat auch schon abnehmer gefunden die geht zusammen mit den anderen paletten weg ja und die habe ich alle aussortiert also 1 2 3 4 5 6 7 paletten habe ich auch nie acht paletten ach so die hier die habe ich auch aussortiert die habe ich noch mal selbst zusammengestellt von p2 auch wunderschöne töne ab ich benutze nicht hat auch schon abnehmer so dann machen wir mal hier weiter meine das of color dos of color die ist wunderschön die ist also die bleibt auch auf jeden fall auf jeden fall bleibt die hier dies auch noch relativ neu habe ich aber schon benutzt und die ist schön ja die bleibt die bleibt von urban decay die born to run na die bleibt auf jeden fall meine da muss ich nicht sagen die ist schön muss ich auch mal wieder ein look mit schminken dann die von bh cosmetics die festival die bleibt auch das sind so schöne farben bleibt es gar keine frage bleibt auf jeden fall auf jeden fall bleibt die aber jetzt zeige ich euch mein absolutes schätzchen was ich gestern erhalten habe ich habe sie habe ich euch schon habe ich euch das schon erzählt habe ich euch das erzählt oder habe ich das bei und zwar eine eine ganz liebe abonnenten von mir die jolan ich danke dir noch mal tausend dank dass du losgezogen wirst und hast geguckt ob du für mich die palette bekommst ich bin dir so dankbar wirklich so so dankbar und sie hat mir diese palette versorgt ich habe mich so ich freue mich dermaßen dass ich diese palette meinen eigenen nennen kann glaubt mir kein mensch war das glaubt mir kein da bin ich auch noch gar nicht reingegangen habe die noch gar nicht geswatcht ich traue mich die gar nicht zu swatchen da habe ich mich so gefreut so gefreut erst hat ja jenny versucht mir die palette zu besorgen doch das habe ich schon erzählt und dann hat die jolante hat hat sie schafft hat sie mir besorgt und gestern kam sie dann an habe das geld überwiesen und dann kam die palette gestern an ich habe mich so gefreut ach ihr glaubt gar nicht wie happy ich war ich muss dazu sagen ich bin jetzt nicht rumgerannt und habe sie mir ich war beim dm aber nicht wegen der palette sondern weil ich noch andere Sachen brauchte und habe sie bei uns war erst gar kein aufsteller und der andere dm hatte auch keinen aufsteller ich habe gedacht ach komm dann soll es halt nicht sein ich bin jetzt nicht durch ganz berlin gefahren um die palette zu bekommen hätte ich es irgendwo gesehen hätte ich es mir auf jeden fall mitgenommen aber so dass ich jetzt das habe ich nicht gemacht und deswegen war ich so dankbar dass ich mich Jolante gefragt hat wenn sie sie kriegt ob sie mir die mitbringen soll und dann meinte das war ich ja nicht das ist ja wohl klar und dann war ich da waren wir ja am freitag unterwegs und da war ich im steg jetzt sagt euch nichts aber die berliner wissen halt im schloss center und da war ich dann beim dm und da habe ich dann wenigstens noch diesen lippi bekommen von hartice und das ist hartice shade und der ist echt der ist schön ich swatch euch den mal hat zwar jetzt nichts mit den lidschatten zu tun aber halt mit harti und und das ist eine und der eine wunderschöne farbe boah leute und der lässt sich auftragen also hier auf der hand schon das merkt man das schon richtig schmussig und den habe ich gestern noch am freitag noch bekommen ansonsten hat man nichts bekommen bei uns also nichts das war alles weg ja so wie gesagt ich muss wieder platz für neue paletten schaffen deshalb habe ich jetzt ein bisschen aussortiert das war es jetzt an meinen ganzen paletten also wie gesagt drei sechs acht paletten habe ich aussortiert und jetzt ziehen na die hat ist eingezogen dann kommen morgen noch das paket da sind zwei paletten drin von BH Cosmetics ja genau ach ne da zieht ja noch mehr ein ich habe mehr bei Revolution diese Glitter die mit die Außenverpackung von so einem Glitter haben wenn man die schüttelt ich habe mir auch drei bestellt die kommen ja auch noch ja wie gesagt acht geht und acht neue ziehe ich wieder ein muss ich mal gucken so ich bin echt bescheuert ich bin echt bescheuert Leute hier liegen ja noch welche hier liegen noch welche die ich euch noch gar nicht gezeigt habe diese von It's a Ray Ray das ist auch eine sehr schöne Palette hier diese It's a Ray Ray auch sehr schöne Farben drin man ille benutzt doch mal ein bisschen mehr an Paletten ich kaufe nicht immer neue sondern benutze auch mal deine alten ey oder soll nie ins Museum kommen dann von Essence diese Sunset I Wanted Sunset Dream diese Tube zu der Nikke Tea Palette die ist auch sehr schön wunderbar pigmentiert für das Geld dann von W7 die Dusk Till Down wo ich ja so enttäuscht war aber ich werde ihr noch eine Chance geben ich werde noch einen zweiten Look schminken und zwar hat mir jemand ich weiß jetzt nicht Angelique weiß jetzt nicht wie sie heißt ein Typ geben dass ich meine Base nicht setten soll ich versuche es ich versuche es ich versuche es ich versuche es so dann habe ich doch noch hier meine Gingerbread von Too Faced sag mal wie kann ich denn die vergessen die ist so Leute die ist wie wie Butter auf der Schreppe also mehr kann ich dazu nicht sagen die ist eine Wahnsinnsformulierung eine das ist die auf dem Auge lässt sie sich performen das ist wie Butter wie da gehst du rauf mit dem Pinsel die Farbe ist da du kannst sie ganz toll verblenden das ist also so eine Palette habe ich noch nie erlebt da kann die Born to Run da kann irgendein Decay einstecken wirklich also Wahnsinns Wahnsinns Palette dann die genau die Naked was soll ich zu der Naked Palette sagen Leute was soll ich zu der sagen ich glaube eins kann ich sagen ich glaube sie verlässt wieder meine Sammlung also ähm ja sie ist sie ist von den Farben her wunderschön aber längst nicht so schön wie die von Too Faced und ja ich werde nochmal einen Look mit ihr schminken und wenn sie mich dann immer noch nicht wirklich überzeugt dann werde ich sie wieder verkaufen auf jeden Fall auf jeden Fall Wechsel wieder verkaufen jetzt habe ich alle genau wenn euch das Video gefallen hat lasst mir gerne einen Daumen nach oben da wenn nicht dann nicht und ja ich werde euch noch zwei Videos verlinken könnt ihr nochmal reinschauen zwei weitere Videos von mir ja und in diesem Sinne wünsche ich euch was und ich wünsche euch eine schöne Woche wie gesagt heute ist Sonntag morgen ist Montag morgen werde ich das Video hochladen jo also meine Lieben passt auf euch auf tschüss